Kaum ist die Woche rum, der Kurs geht wieder runter und man denkt, die Herrlichkeit ist vorbei. Also das war es mit dem Bullenmarkt. Wir sind wieder deutlich runtergekommen. Der DAX aktuell 12.330 Punkte und das ist zumindest mal deutlich unter den jüngsten Hochs, die wir hatten. Und die Sorge besteht, dass das also das Ende der Herrlichkeit ist. Aber im Gegenteil, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich sieht das doch ganz typisch, ganz normal aus. Wir sehen das hier beim DAX Future vielleicht sogar noch eine Stufe schöner. Ihr erinnert euch, ich habe gesagt, irgendwie muss es korrektiv hier runterlaufen. Und korrektiv gibt es immer auf mehrere Art und Weisen. So eine klassische ist eine Bewegung, die sich mit vielen Kursüberschneidungen eben in eine Richtung entwickelt. Eine andere ist so eine klassische ABC-Struktur. Und es gibt noch eine dritte, das ist dann die sogenannte Flat-Struktur, die Seitwärtskorrektur. Das geht einmal runter, geht nochmal wieder hoch, gerne sogar ein bisschen höher und anschließend nochmal tiefer. Das nennen wir eine Seitwärtskorrektur, eine Flat-Korrektur. Ein berühmtes Beispiel gibt es quasi rund um den Corona-Crash. Wir hatten die erste Abwärtsbewegung, wir hatten die nächste Bewegung nach oben. Die ist sogar ein bisschen höher als der Ausgangspunkt und anschließend nochmal die Abwärtsbewegung. Also hier etwas mehr detailliert, so sieht das in etwa aus. Die sind gar nicht so selten. Die Hälfte aller Korrekturen ungefähr sehen so aus. Es ist statistisch sogar leicht mehr als das. Was für viele Marktteilnehmer zur Verwirrung führt, weil man wegen dieses höheren Hochs hier den Eindruck hat, nee, das kann ja so nicht sein. Da ist schon der Einstieg. Das ist auch ein Grund, warum ich sage, bitte steigt da nicht ein. Die sind einfach zu häufig, diese Verhaltensmuster, dass der Kurs nochmal überschießt und dann die Gegenrichtung eingeht. Gut, das ist jetzt eine olle Kamelle, aber ihr seht, ungefähr das ist das, was wir hier haben aktuell. Das heißt, der Kurs hat das, ich mache das mal hier größer im 4-Stunden-Chart. Wir sehen, dass wir einen starken Anstieg hatten. Dann sind wir erst runtergegangen, sind wir hochgegangen, ein bisschen höher. Wieder ein Zeichen. Kauft nicht, wenn ihr das alte hoch durchstößt, aber den meisten von euch geht dieser Spruch wahrscheinlich schon auf den Zeiger. Es ist halt immer das gleiche Prinzip. So, und anschließend müsste es relativ zügig nach unten gehen. Ich habe das Ganze ein Flat genannt. Profis werden jetzt wahrscheinlich sagen, Rüdiger, das sieht hinten dreiwellig aus und damit ist das eher ein Double Side Race. Das sind aber Namen, das sind Details für die Profis, die sich damit genau auseinandersetzen. Das Wesentliche ist dieses Verhaltensmuster. Und das würde nach wie vor für eine Korrektur stehen, wenn auch für eine sehr spezielle, aber sehr häufige Korrektur stehen. Und anschließend hat der Kurs nach wie vor gute Chancen, hier nach oben zu gehen. Das heißt, für all diejenigen, die jetzt vor dem Wochenende sagen, das war es jetzt, ich kann schon aufgeben wieder. Nee, bis zum aktuellen Zeitpunkt, bis in diese Kiste hinein. Die habe ich jetzt in der Woche mehrmals erklärt, warum die so relevant ist. Und deshalb schaut euch notfalls die älteren Videos dazu nochmal an. Aber bis in diese Kiste hinein sind Korrekturen normal. Nichts Außergewöhnliches. Ihr seht hier hinten die Preise, könnt ihr euch selber nochmal abvergleichen, wenn ihr nicht mehr sicher seid. Das heißt, das, was wir hier als Rücksetzer gesehen haben, ist zwar eine dieser spezielleren Formen der Korrektur, die Seitwärtskorrekturen, aber dementsprechend ein ganz normales Prozedere in dieser gesamten Aufwärtsbewegung. Und deshalb sehe ich gute Chancen, dass der Kurs im Anschluss, wahrscheinlich allerdings erst nächste Woche, den Dreh wieder schafft und sich nach oben nochmal absetzt. Also keine schlechte Voraussetzung für den Markt, was wir hier haben, ist nach wie vor geeignet, in der Folge nach oben zu gehen. Ab wann? Wo kann man dann hier reingehen? Und das ist das Problem, deshalb erwähne ich die so unhäufig, naja, so selten, weil die sind blöd zu handeln. Wenn man sie sieht, ist es gut, man fällt nicht drauf rein, aber man weiß nicht so richtig, wo soll ich einsteigen. Ich rede ja meistens von diesen Zwischenhochs, also hier über dieser Marke oder hier bei dem Blauen, hier über dieser Marke, so das letzte Zwischenhoch, das wäre hier oben allerdings ganz schön weit weg und ja wieder am höchsten Punkt, genau da, wo man ja nicht einsteigen soll. Das heißt, hier würde ich jetzt ein anderes Vorgehen dann empfehlen, nämlich, wenn der Kurs hier auf der kleineren Zeitebene wieder anfängt, steil hoch zu gehen, wackelig runter, dann hier das Ganze zu tun. Also für all diejenigen, die jetzt nicht so kurzfristig mal Intraday handeln wollen und das hier vielleicht übersehen, dann schaut euch das halt am Abend an, ob der Kurs das gemacht hat, damit ihr seht, was ist die starke und was ist die schwache Seite. Handelt normalerweise nicht gegen die starke Seite, handelt immer in Richtung der starken Seite, wartet aber, das ist wichtig, das vergessen viele, sind dann zu engagiert und sagen, ich mache jetzt einfach. Und warten nicht auf die schwache Seite und wundern sich dann, dass sie an einem blöden Punkt einsteigen. Es gibt immer wieder die Gelegenheiten. Vorsichtig, ich habe bewusst gesagt, nicht immer diese Gelegenheit, aber immer wieder. Ärgert euch nicht, wenn es manchmal nicht so sauber aussieht und ihr diese Situation nicht habt, weil dieses blöde Korrekturmuster hier einfach irgendwie so doof aussah, dass ihr euch nicht sicher wart, ist das jetzt eine Korrektur oder nicht. Dann macht ihr den Trade halt nicht hier, sondern woanders. Eine Möglichkeit könnten da die amerikanischen Indizes sein. Ihr seht, das Grundprinzip ist das gleiche. Wir hatten den starken Anstieg. Wir haben hier dieses, was sich durchaus als eine Seitwärtsbewegung qualifizieren kann. Wir sind da, wo diese Korrektur landet, klassischerweise hier beim Dow Jones Future. Sehen wir, wir haben auch noch mal die Unterstützung. Ich mache mal einmal groß. Einige wünschen sich das immer hier aus den Zwischenhochs vom 30. September vormittags. Da sind wir jetzt angekommen. Also wir haben gute Voraussetzungen, dass der Kurs jetzt hier nach oben abprallt. Und das, was wir hier vorne haben, hier hinten noch mal spielt. Also Ziele 31.200 halte ich für nach wie vor sehr realistisch. Warum das Ganze bohei? Dann sagt doch einfach, ich soll jetzt hier kaufen. Vorsichtig. Wer hier kauft, kauft blindlings. Natürlich besteht diese Chance, denn dieses Verhaltensmuster, was ich euch gerade vorgestellt habe, ist typisch. So weit, so gut. Könnte man sagen, dann mache ich es doch halt einfach. Das Problem ist, an dieser Stelle kann es ja sein, dass ich hier völlig falsch liege mit meiner Idee. Das heißt, jetzt einfach zu kaufen ist kein guter Plan. Immerhin, wir haben hier eine Unterstützung. Man kann das versuchen. Seid aber gefasst, dass das ein Fehler sein kann, dass der Kurs einfach weiterfällt. Warum höre ich mir den ganzen Krempel an, wenn ich dann doch nicht weiß, ob er hier dreht oder nicht? Weil das hier kein guter Einstiegspunkt ist. Das ist ein sehr guter Hinguckpunkt. Und ich jetzt eben zum Beispiel auf einer kleineren Ebene gucken kann. Das kann Viertelstunde sein, kann halbe Stunde, Stunde sein, was auch immer. Ob wir hier etwas bekommen, das stark nach oben und wackelig nach unten ist. Was ich nicht will, ist, dass ich eine starke Bewegung und eine dreiwellige nach oben habe. Was haben wir denn hier bisher? Kann man noch nicht so richtig sagen. Wenn der jetzt das macht und hier unten durchstößt, bin ich definitiv nicht auf der Longseite. Warum auch? Korrektiv, dreiwellig ist die falsche Richtung. Hier hatten wir ein bisschen Unsauberheit. Das hängt sicherlich mit den Daten zusammen. Das dürft ihr nicht überbewerten. Trotz alledem, hier war ja jetzt auch kein Grund, irgendwie Long oder Short zu gehen. Also insofern war das nicht. Und diese Aufwärtsbewegung war alleine schon wegen der Überschneidung. Wenn ihr da nicht sicher seid, ist das eine gute Aufwärtsbewegung, das Ding. Denkt immer dran, das ist überschneidend. Also über Long haben wir hier überhaupt nicht nachgedacht. Wenn das hier mit diesen Kursüberschneidungen ist. Ob ich jetzt deshalb hier Short gegangen wäre? Naja, vor 14.30 gehe ich so gut wie nie Short, wenn da Daten kommen. Und wir können mal heute drauf gucken hier, 14.30. Dann seht ihr, das sind durchaus nicht unwichtige Daten gewesen hier. Unemployment Rate beispielsweise, Non-Farm Payrolls. Klar, es ist eine der wichtigsten Informationen, die wir an den Märkten haben. Da sollte man nicht jetzt blindlings einfach sagen, das versuche ich jetzt einfach mal. Das geht sehr häufig halt in die Hose. Aber trotz alledem, ihr seht, im Chart konnte man schon sehen, also über Long reden wir hier eigentlich nicht, weil wir in dieser Aufwärtsbewegung und machen wir uns nichts vor, das ist eine Aufwärtsbewegung von da nach da. Sie ist nicht überlappungsfrei, also nicht vorzüglich meine Handelsrichtung, sondern eigentlich die falsche Richtung und man ist dann eher auf der Abwärtsseite. Logisch wäre hier eigentlich ein Short Trigger, aber wie gesagt, um 14.30 mache ich das nicht, denn in der Regel will man zwar diesen Einstiegspreis, kriegt man aber nicht, weil die Bewegung einfach so schnell ist. Ich will euch da also nichts vormachen im Sinne von, guck mal hier, schnell reich werden innerhalb weniger Minuten. Das klappt meistens nicht, auch wenn die Theorie passend dazu ist. Aber um diese Uhrzeiten sind die Ausführungen grottenschlecht. Da ist es eher etwas, was ein Groschengrab ist, als dass das hilfreich ist. So, also wollen wir mal gucken. Die Marktbewegung also im Moment nach unten. Wir haben eine Chance für einen Dreh. Was ich mir jetzt wünsche, ist irgendwie was, was so aussieht, dass die Gegenbewegungen nicht überschneidend sind. Wenn ich das im Kleinen hier bekomme, eine Korrektur in die Gegenrichtung, dann weiß ich, dass das ein Long ist. Und jetzt ist das Schicke. Ich habe ja die Mindesterwartung, dass das hier hinten nochmal passiert. Das Schöne daran ist allerdings, hey, wir sind doch hier an einer Stelle, wo sogar noch mehr möglich ist, wo es vielleicht so weit geht. Das heißt, obwohl ich standardmäßig sage, meine Gewinnmitnahme ist dann hier, kann ich in dem Fall sagen, Moment, Moment, Moment. Kann ich nicht auch dann sagen, das große Bild, ich ziehe einfach den Stop auf den Einstieg nach, denn die Chance, dass der Kurs ja weiterläuft, ist relativ groß. Ihr seht, es ist weniger die Wahrsagerei, die uns hier die Gewinne bringt, denn ich kann euch nicht sagen, ob er hoch oder runter geht. Das werden wir hier sehen. Aber die Gestaltung, so wie ich diesen Trade aufbauen kann, ist, wenn es richtig geht, verdiene ich deutlich mehr, als ich ins Risiko gehen muss. Und in dem Fall sogar deutlich, deutlich mehr, weil das große Bild ja durchaus die gleiche Sprache spricht. Also, mitnehmen fürs Wochenende oder für Vors-Wochenende. Wir sind immer noch in einer durchaus echten Chance, dass das diese Seitwärtskorrektur ist, dass der Kurs jetzt bald zeitnah also dreht. Damit ich weiß, kann ich da jetzt rein, brauche ich einen zusätzlichen Hinweis. Und der muss so sein, dass diese Bewegung stark ist und die Gegenbewegung schwach. Und nicht wie hier mit Kurseüberschneidung, also schwach nach oben. Das ist ein klares, schlechtes Zeichen für aufwärts. Stark nach oben, wackelig nach unten. Wackelig, wie gesagt, kann ja auch dreiwellig sein. Ein Trigger dieser Marke wäre ein starkes Zeichen und man hätte einen kleinen Trade, den man hier starten kann, mit einer guten Chance, dass der nach dem Wochenende auch noch weiterläuft. Wenn ich mir was wünschen darf, ehrlich gesagt, wäre mir lieber, der geht Montag erst los. Denn ansonsten muss ich diesen Trade übers Wochenende halten. Das ist ein zusätzliches Risiko. Bei uns gilt die Regel, dass wir eigentlich Trades vorm Wochenende nur dann machen, wenn wir sie auch vorm Wochenende schließen wieder. Also in dieser kleinen Zeiteinheit. Das heißt, ideal wäre jetzt, wenn der so lange noch braucht, bis heute Abend, dass wir noch nicht hier reingehen, sondern dass ich dann Montagnacht sozusagen, Montagfrüh hier sagen kann, ah, super, den Trade, den kann ich jetzt vorbereiten, am Wochenende in Ruhe vorbereiten oder am Montagfrüh eben dann machen, um dann nicht nur das kleine Bild, sondern das große zu handeln. Also im Kleinen vielleicht für heute Nachmittag, 5 Minuten Chart vielleicht sogar oder auf irgendeiner kleinen Zeiteinheit und im Großen dann im späteren Verlauf. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Nasdaq 100, hier ebenfalls als Future, im Wesentlichen genau das Gleiche. Ich kann auch hier nochmal die Fibus einzeichnen, dass ihr die seht. Ich mache es sogar nochmal groß, damit ihr das hier nachvollziehen könnt. Also noch ist die Welt in Ordnung. Wenn der Kurs jetzt allerdings, und das gilt, was ich jetzt zeichne für alle diese Indizes, wenn der Kurs weiterfällt, spätestens wenn er diese 78,6er Notfallspul zurück, dann könnt ihr diese Werte hier ablesen. Wenn ihr diese Marke durchstößt, 11.060 ist das ungefähr, dann sage ich mir, das ist nicht mehr sehr typisch, dass der Kurs anschließend doch noch nach oben geht. Das ist möglich, das kommt auch vor, das kommt auch nicht selten vor, aber es ist statistisch deutlich weniger ausgeprägt. Letztlich spielt es aber gar nicht die große Rolle, denn wenn ich das bekomme und das, kann ich das ja sowieso handeln. Dann zumindest mal bis zum Mindestziel, sprich erste Länge da hinten nochmal. Allerdings muss ich dann sagen, weiß ich nicht, ob ich dann so sehr auf die Fortsetzung setzen soll. Dann würde ich eher hier Gewinne mitnehmen und mal gucken, was da passiert. Aber man kann ja auch sagen, Hälfte der Gewinne mitnehmen, Reststopp auf den Einstieg ziehen und dann hat man nichts mehr zu verlieren, wenn er wirklich läuft, ist ja alles super. Aber diese 78, 6er Marken, ich gehe nochmal zurück, S&P, hier diese hier 3.622, Dow Jones 29.012, das sind so Marken, die will man dann nicht mehr gerissen haben in so einem Fall. Aber alles noch safe, alles noch komplett in dem Bereich, wo wir einen Rücksetzer gerne sehen. Ihr könnt euch das gerne hier nochmal so einzeichnen, 38, 20, 50, 61, 8, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Ist alles safe. Auch hier ist es noch okay, aber je tiefer er halt geht, dann lässt halt die Wahrscheinlichkeit nach. Und hier unten drunter ist sie halt deutlich schwächer, weshalb ich dann das nicht mehr so schön finde. Umgekehrt könnt ihr natürlich sagen, naja, solange ich wackelige Aufwärtsbewegungen bekomme, kann ich ja dann mich triggern lassen für die Abwärtsseite. Hier seht ihr übrigens im super, super kurzfristigen Chart, das ist 10 Tick, nur dass ihr mal seht, das ist jetzt Zufall, dass es genau hier passt. Das ist steiler Anstieg, ganz klar wackelig und die Fortsetzung nach oben. Also alles, was ich euch jetzt erzählt habe, spielt keine Rolle, ob ihr im 4-Stunden-Chart, im Tageschart oder sogar super kurzfristig, ihr seht, hier kann man ja kaum schneller klicken, aber ihr seht, starke Bewegungen, wackelige Bewegungen, fortsetzig, Fortsetzungen, diese Muster seht ihr hier genauso häufig. Und dementsprechend kann man sie auch so schön umsetzen. So, in diesem Sinne lasse ich euch jetzt mal mit diesen Gedanken ein bisschen alleine. Ich hoffe, dass euch das ein wenig hilft. Bitte nicht verführen lassen, ob man jetzt 10 Tick unbedingt handeln muss. Das ist meistens nicht sinnvoll umsetzbar, weil man so schnell nicht klicken kann und das eventuell auch bei den Brokern gar nicht so angeboten wird, so die Möglichkeit. Aber es ist ein wunderbares Zeichen, was ich hier im Kleinen sehe. Das geht auch im Großen und mindestens zum Üben ist das eine ganz schicke Angelegenheit. In diesem Sinne euch alles Gute, liebe Grüße und bis bald.